Ich erkläre die Masse-Leuchtkraft-Beziehung und die ist in meinem Buch auf der Seite 129. Das Kapitel startet mit einem sehr interessanten Diagramm. Die haben hier so ein paar Sterne. Also das war wohl der Herr Stanley Eddington. Der hat ein paar Sterne untersucht und zwar haben sie hier also erst einmal die Sonne. Von der Sonne kennen wir die Masse. Und visuelle Doppelsterne, also das sind zwei Sterne, die sich umkreisen und die ich beobachten kann. Und damit kann ich die Rotationsdauer T messen und mit dem Kepler kann ich dann die Masse, Masse M1 und M2 bestimmen. Dann spektroskopische Doppelsterne, das sehe ich nur in den... Also ich schaue mir da die Fraunhofer-Linien an. Und durch die Dopplerverschiebung wackeln die Fraunhofer-Linien. Also hier ist die Erde und dann habe ich hier zwei Sterne. So und die umkreisen sich, was ich aber nicht sehe. Aber der eine Stern, so genau, der eine Stern kommt mal auf mich zu und dann sind dem seine Fraunhofer-Linien blau verschoben. Und wenn der Stern, der sich gerade weg bewegt, dessen Fraunhofer-Linien sind rot verschoben. Also das sind so ganz kleine Abweichungen. Gut, und sobald ich jetzt hier wieder die Umlaufdauer T bestimmt habe, kann ich wieder die zwei Massen bestimmen. Ja, wie genau machen wir später. Und jetzt hat sich dieser Stanley, genau, alle Sterne angeschaut, dessen Massen er bestimmen kann. Die Masse und hat die Masse, den Logarithmus der Masse aufgetragen. Was er noch messen konnte, war der Logarithmus der Leuchtkraft. Und hat festgestellt, ui, da gibt es ein System. Da gibt es einen Zusammenhang. Und zwar sind das alles, das ist wichtig, das sind alles Hauptreihensterne. Hauptreihe. Das heißt, da gibt es ab und zu Aufgaben, um Schülern die Irre zu führen. Für rote Riesen und weiße Zwerge gilt das nicht. Aber wenn diese Hauptreihensterne auf dieser blauen Linie liegen, dann werden vermutlich alle anderen Hauptreihensterne auch auf dieser Linie liegen. Andere Hauptreihensterne, die keine Doppelsterne sind, dessen Masse ich nicht bestimmen kann. Das ist die Idee. Und dann kann man anhand dieses Zusammenhangs die Masse sämtlicher Sterne bestimmen. Die Formel lautet dann, also der Zusammenhang ist, L ist proportional zu m hoch 3. Und man macht es mit Sternchen. Also n Sternchen ist dann m Sternchen hoch 3. Stern ist ja immer die Relation. Also n Stern durch L Sonne ist m von dem Stern durch Masse der Sonne. hoch 3. Genau. Und die Grundidee bei dem Ganzen ist, Sie haben hier so einen Stern. Moment, ein bisschen anders. Sie haben hier so einen Stern und dann haben Sie, die Gravitation geht nach innen. Hier bin ich so. Das ist F-Gravitation. Und das andere nennt man dann Gasdruck. Im Inneren des Sterns haben wir Kernfusion. So, Gasdruck. Und das erzeugt eine große Hitze und großen Druck nach außen. Das ist im Gleichgewicht. Der Stern ist stabil. Genau. Fertig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020